So, Nürburgring. Letztes Jahr haben wir einen Erfolg erzielt durch Jonas Lefmann. Auch in der Teamwettung haben wir gewonnen. Die Jungs, man sitzt ja hier außen rum, sind motiviert. Wir haben momentan ein bisschen Probleme, weil wir haben nur zwei Jungs im ersten Startblock stehen. Den Rest haben sie in den zweiten Startblock gestellt. Da müssen wir mal schauen, wie wir da in Richtung, ja, uns nach vorne arbeiten können, um die Jungs zu unterstützen. Alles weitere wird nachher das Rennen geben und ich hoffe, dass alle gesund ins Ziel kommen. Jetzt warten wir halt einfach, ja. Und da wir heute aus dem hinteren Teil starten, also aus dem zweiten Block, versuchen wir dann gleich am Start, unsere Jungs vorne einen Anschluss zu finden. Oh ja, da ich ja als norddeutsches Flachlandtiroler werde heute eine Menge Spaß haben. Es geht ja immer wieder rauf und runter und das ist, also das runter ist schön, das Rauch ist weniger schön. Seid bereit für die Nordschleifel in 4, 3, 2, 1 und auf geht's! 75 Kilometer Radenbring 2017. Da seht ihr mal dran im Rahmen des German Streikast George alguns. Geht auf die Schecke. Und das war's! Niko Starosta führt und da scheint auch nichts mehr anzubrennen. So, hat er Scheiß. Ganz schön windig, anstrengend, aber alle Sturzweiz, wichtig. Auf zum Grillen. Anstrengend. Ich kann auch nicht sprechen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß. Danke. Prost. Eigentlich war es geil. Eigentlich war es geil. Es macht immer wieder Spaß. Aber auf jeden Fall, keiner ist gestürzt. Das ist das Beste und sind alle heil im Ziel. Es ist gut gelaufen für das Team, glaube ich. Ich möchte auch mal ins Fernsehen. Euer Team ist echt unartig. War hart, aber war mein erstes Mal besser als gedacht. Hat richtig Spaß gemacht. Immer wieder. Ja, scheiße hart wie immer. Mit dem Erfolg wie ich meistens. Alles gut. Nürburgring, Platz 1, der Nikolas Starosta. Teamwertung auch auf dem Podest mit Platz 3. Und somit haben wir an das Wochenende von Rund im Köln anschließen können. Und ja, mal gucken. Jetzt gehen wir zu unseren Jungs zusammen. Schön grillen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Bierchen noch trinken. Also denn, bis demnächst. Ja, das war Nürburgring. Das härteste Rennen von allen, würde ich sagen. Mein persönliches Saisonziel. Ich hatte hier einen Vorjahres-Sieg zu verteidigen. Das war das Ziel. Saisonziel erreicht. Highlight. Bestens abgeschlossen. Jetzt bin ich kaputt und werde mir zwei Tage nur pennen. Danke. Racket Media Filmproduktion